Da lache ich ja. Seit wann hat mich das schon abgehalten von irgendwas? Das Problem ist, dass dieser Anhänger nicht zwei, sondern direkt mal vier Stelzen hat. Vier Stelzen. Ich bin da bekloppt. Damit wieder Loneherz. Willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner-Dorfer-Truck-Simulator. Auf dem PC Folge 649. Das Mikrofon sollte wieder laufen. Habe ich zumindest im Live-Stream-Chat gemerkt. Ich hoffe, es war auch nicht in der Aufnahme zu hören. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Encodierung für die Live-Stream-Übertragung. Das sollte also irgendwie passen. Ich werde jetzt mal nachtanken. Bitte mich trotzdem wieder darauf aufmerksam machen, falls das jetzt häufiger kommt. Das will ich dann natürlich beobachten. Im schlimmsten Falle macht man sich ja immer irgendwie Gedanken, dass das Hetze den Geist aufgibt. Was richtig scheiße wäre, weil ich für dieses Headset einen Haufen Geld bezahlt habe. Kein Bock habe, das nochmal zu kaufen. Zumal das wegen diesen ganzen Corona-beschissenen Sachen extrem schlecht lieferbar war damals. Ich habe, glaube ich, zehn Wochen auf die Scheiße gewartet. Weil es einfach nirgendwo auf Lager war. Muss ich einfach zehn Wochen warten auf den Quatsch. Ich habe dafür 300 Euro bezahlt. Einfach nur, damit ich hier dieses geile Mikro am Headset dran habe. Und ich muss auch sagen, für ein Headset ein richtig geiles Mikro. Also wer ein geiles Headset sucht. Ich habe einen echt geilen Mikro. Kann ich das hier empfehlen. Bayer Dynamic DT797 PV. Ja, richtig geiles Teil. Braucht man aber ein Audio-Interface für. Zum Beispiel ein Focusrite Scarlett. Man muss jetzt nicht das 2i2 nehmen. Da reicht auch das kleinere. Man braucht aber mindestens halt 48 Volt Phantomspeisung. Das Mikrofon muss befeuert werden. Aber das gibt es auch bei 30 Euro Mischpuls. Die kriegen das auch hin. Dann klingt es nicht ganz so optimal. Aber ja, ist auf jeden Fall besser als so eine komischen Headset. Diese Gaming-Headsets, die ja auch unter anderem für 100, 150 Euro. So, ne, dann zahlst du halt vielleicht, dann machst du es lieber gleich einmal richtig. Ne, Moment. Ich muss nicht ins Motel. Ich muss zur Querung. Gut, dann muss ich einfach nur hier abfahren. Na gut. So. Sehr schön. Na dann. Das ist schon meine vorletzte Aufnahme. Ich bin ganz gut drin. Ja, überlebt näher, aber mache ich nicht. Zeitlich würde ich dann sogar noch eine Formel 1 Folge schaffen. Aber in der Praxis lasse ich es vielleicht lieber bleiben, weil ich die Videos, die morgen rauskommen, noch schneiden muss, weil ich die ja erst heute aufgenommen habe. Beziehungsweise die Formel 1 Folge, die ich nach dieser Folge aufnehme, ist die Formel 1 Folge, die morgen schon auf YouTube kommt, um 12 Uhr. Aber das heißt, ich muss, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, heute noch schneiden, rändern, hochladen, einstellen, damit sie morgen um 12 Uhr raus ist. Das bedeutet, das mache ich dann direkt nach dieser Aufnahme. Dann bin ich nämlich fertig. Ja, ich muss noch drei Videos schneiden heute. Na gut, es geht. Ich habe bereits aber heute 8, glaube ich 8, 1, 2, 3, 4, 5, ja 8 Videos habe ich heute geschnitten. Geil. Also produktiv bin ich doch schon gewesen. Schaffst du aber auch nur in der Woche. Äh, am Wochenende. Schaffst du nicht in der Woche. Also 8 Videos schneiden, plus noch so viel aufnehmen, absolut unmachbar, in einer Woche. Das geht nur am Wochenende und dann auch nur an Tagen, wo man dann wirklich auch zu Hause sitzt. Zum Beispiel so wie heute. Gestern war halt super, wir haben mit dem Kumpel getroffen, aber heute war dann auch mal ein bisschen Zeit für mich. Ist auch schön. Manchmal ist das auch echt schön. Auf Dauer ist es ein bisschen öde, muss ich sagen, immer nur alleine rumzusitzen. Deswegen ab und zu mal mit Treffen aufstocken den Krams und dann hast du auf jeden Fall... Ah, die Ruckler fangen an, ne? Wunderbar. Ich hoffe, die bleiben jetzt nicht zu lange. Dann verschwinden sie jetzt schnell wieder. Ansonsten bin ich froh, dass es die letzte Folge ist. Ja, jetzt ist das Eis aber schon echt kaputt, nachdem man hier schon zwei, dreimal rüber getuckert ist. Hä, was siehst du immer? Sehe ich immer, weil dann im Discord steht, nicht stören und hört Spotify zu. Bezüglich was jetzt, hä? Dass ich zu Hause bin. Ja. Naja, ich hör... Ja, ich hör Musik. Sehr viel. Auf nicht stören stehe ich eigentlich immer. In letzter Zeit irgendwie... Hat sich das so ergeben. Ich bin schon da? Ich bin schon da. Wenn du deine Videos machst. Naja, nee. Eigentlich dürfte dann ja nicht da stehen, hört Spotify zu. Weil während ich Videos aufnehme, höre ich ja nicht Spotify. Also eigentlich dürfte dann nicht Spotify dastehen, weil Spotify habe ich immer komplett geschlossen, wenn ich die Videos aufnehme. Weil auf meiner Tastatur habe ich so eine Play-Pause-Tasten und wenn ich Musik in meinen Videos habe, dann läuft das über meinen Windows-Media-Player ganz einfach. Und wenn ich dann mal ein Lied weitermachen will, dann wird es aber auf beide Programme gleichzeitig verwendet. Das heißt, dann macht ja mein Windows-Media-Player weiter, aber Spotify auch. Und deswegen mache ich Spotify dann immer aus. Das dürfte also da nicht stehen, wenn ich aufnehme. Ja, wenn ich schneide, kommt das hin, ja. Oh Gott. Okay, gut. Wir haben wenigstens eine Winde. Nice. Ja, nee. Ich muss... Ähm... Das ist jetzt nicht geil? Ich muss ja hier irgendwie... Scheiße, ich hätte da rüber gemusst. Ich komme unter der Brücke zufällig durch. Das ist... Nee, da will ich eigentlich auch nicht vorbei, ne? Also... Ja gut, okay. Ich kann ja auch da einfach auf die andere Seite. Gar kein Ding. Ja, machen wir es halt so und dann kann ich über die Brücke zurückfahren. Easy. Tralala, tralala. Ja, ich... Naja, nochmal, um darauf zurückzukommen jetzt, ja. Ganz kurz. So. Großartig. Durch diese Querung wird nicht nur uns, sondern auch vielen Anwohnern dienen. Du verdienst eine Belohnung, 670 Erfahrungen und 8.050 Belohnungen. Äh, echt viel. Cool. Äh, ich höre nicht immer Musik, wenn ich schneide. Einfach, weil manchmal muss ich einfach hören, was im Video passiert. Und dann ist das eher super optimal. Mal. Aber heute zum Beispiel habe ich Musik gehört. Ja. Ja, naja. Gut, Discord zeigt auch nicht alles an. Wäre witzig, wenn, wenn, äh... Meistens steht da, irgendwie spielt Parsec. Denn Parsec ist ja kein Spiel. Parsec ist ja ein Programm. Also, ähm... Mit diesem Programm bin ich dann auf meinem PC drauf. Und damit schneide ich dann. Also, wenn da steht, spielt Parsec. Dann, äh, schneide ich gewöhnlicherweise. So, das hier ist ja fertig. Die Forestry. Dann sind wir jetzt hier auch schon durch. Das heißt, wir haben hier schon zwei Drittel der Aufgaben. Der, der Aufträge, meine ich. Dann machen wir mal hier weiter. Ich brauche einen Scout. Ein geländegängiger Scout-Anhänger. Den muss ich, äh... Transportieren. In der Tiefebene ist der scheinbar. Nee, der ist hier. Okay. Okay, ja. Na ja, gut. Dann mache ich doch einfach mal den Forrester an. Oder ich nehme jetzt den F750. Ah, weiß ich noch nicht. Nee, ich gucke erst mal, ob ich das damit ziehen kann. Machen wir doch hier direkt weiter. So. Ja, schneiden gehört halt auch dazu, ne? Genauso wie du fast jeden Tag aufnimmst, musst du halt auch jeden Tag schneiden. Wenn du Videos machst, dann ist es so. Wenn ich nur streamen würde, war gar kein Ding. Aber irgendwie, nee. Ich habe ja mit Videos ursprünglich angefangen und dabei soll es auch bleiben. Und das Streamen ist dann so eine Nebensache. Ich meine, es macht echt Spaß. Auch während des Spiels dann Tipps zu bekommen oder einfach mal über andere Sachen zu labern, wie die Formel 1 gerade zum Beispiel. Finde ich mega geil. Und das ist auch der Grund, wieso ich das weitermache. Und wenn dann mal kein Zuschauer da ist, dann ist es halt so. Aber dann ist es ja trotzdem hier und mache Aufnahmen. Dann für YouTube. Und da sehen es dann trotzdem wieder ein paar Leute. Also, ja, im Prinzip, das Streaming ist eine nette Nebensache, die ich auch gerne weitermache dementsprechend. Ja. Trotzdem dann mega cool für jeden, der dann trotzdem auch im Stream dabei ist. Finde ich cool. Finde ich echt cool. So. Oh, ja, guck mal. Vielleicht 10 Minuten kriegen wir das ja auch noch fertig. Das hier ist jetzt zwar nicht unbedingt der Scout, den das Spiel verlangt hat. Dann kann ich es wahrscheinlich auch gar nicht ankoppeln. Nee. Das wird, glaube ich, nicht passen. Ja, damit hat es sich dann... Wobei, er hat sich nicht erledigt. So ein Quatsch hier. Ja, also... Da lache ich ja. Seit wann hat mich das schon abgehalten von irgendwas? Problem ist, dass dieser Anhänger nicht zwei, sondern direkt mal vier Stelzen hat. Vier Stelzen. Ist er bekloppt. Schau mal dann gleich, wo man damit hin soll. Vielleicht hole ich dann den F57 einfach bis dahin oder so. Irgendwie sowas. Dann mache ich das mit dem weiter. Mit dem müsste es dann... Sollte es dann ja eigentlich funktionieren. Hoffe ich jetzt mal. Also... Wo soll ich denn hin, bitte? Wahrscheinlich ganz genau andere Ende, oder? Aha, nee. Naja, okay, gut. Direkt in die Werkstatt, also... Ist schon eine Strecke. Äh, da fahre ich am besten... Ja, dann... Ja, dann mache ich es mit dem jetzt. Also, was soll ich jetzt mir hier... Extra... Ist ja Blödsinn jetzt hier. Ich kann halt nicht die Stützen, ähm... Kann halt sein, dass wir hier stecken bleiben. Weil der sich so denkt, meine Stützen verkorksen sich jetzt hier einfach irgendwo. Im besten Falle ist es ihm scheißegal und wir fahren jetzt hier einfach weiter. Was aktuell so gut danach aussieht. Ja, das wäre super, wenn wir das auch noch hinkriegen heute. Wir haben ja noch acht Minuten jetzt. Wir müssen ja eigentlich... Ja, komm, machen wir noch fertig. Dann können wir uns in ganz entspannter Art und Weise nochmal um Formel 1 kümmern. Um das zweite Training. Endlich dann mal beim Trocknen. Letztes Mal hatten wir Mischbedingungen, also... Das Mal werde ich dann natürlich mit Softreifen dann gleich fahren. Und dann mal schauen. Wir waren sehr weit vorne im ersten Training. Aber auch nur aus dem Grund, weil... Äh... Irgendwann es dann geregnet hat und man dann natürlich die Rundenzeit nicht mehr hinbekommt. Aber wer weiß, Top 10 wäre natürlich ein Wunschtraum mit diesem schlechten Auto, wenn wir das schaffen würden. Aber ich... Die Strecke ist schwierig und... Alle Strecken... Ja, natürlich. Alle Strecken sind schwierig. Aber ich habe bei Russland auch im ersten Training schon das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen besser mit klargekommen bin. Und hoffe einfach, dass wir das an der Platzierung sehen können. Mhm. Ja, das werden wir dann aber gleich sehen. Also für euch Freunde, die die Aufnahme auf YouTube gucken, ist die Folge ja schon draußen. Da kommt dann morgen bereits das dritte Training dann raus. Aber für den Livestream nehmen wir es dann gleich live auf. Muss hier aber ganz schön viele, äh, Stellen drüber, man denkt, ne? Aber es ist schon echt, äh... Weiter Weg hier, man denkt immer. Spar und den Red Bull Ring. Ja, der Red Bull Ring ist okay. Äh, Spar... Ist... Das ist der letzte Teil immer so ein bisschen. Aber ja, das sind mit die einfachsten Strecken. Den Hungaroring finde ich ziemlich, äh, schwierig. Also, Ungarn. Was noch? Silverstone ist ja auch... Also, es sind halt viele Maps, die, äh... Schon schwierig sind. Aber ich bin ja auch kein Profi, also... Ich find alles schwierig. Ja. Aber sowas ist halt kritisch mit den Stelzen. So Höhenunterschiede, weil die dann aufsitzen. Und sie dann eben mal ganz schnell, äh... Abprallst. Ich muss ja außenrum fahren, weil das scheinbar hier zu tief ist für den. Dann mach ich das lieber ein bisschen safer. Dann machen wir diesen kleinen Auftrag hier. Diese Aufgabe machen wir auch nochmal flott zu Ende. Warum nicht? Schauen wir mal die Fahrhilfen an, die wir hier haben. Und dann sind wir doch dabei. Komm, komm, komm. Jawohl. Da ist er doch drin. Lachst du dir, wie es ist? Richtig nice. Nice. Bum, ba, dum, bum, bum. Bum, ba, dum, bum, bum. Jo, da sehen wir ja schon. Das Ende... Wir haben noch... Oh, guck mal. Oh, sogar pünktlich. Ich darf hier Diff nicht nutzen. Please. Hey, mit den Höhenunterschieden. Schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das da abfallen kann. Ich glaub nicht. Okay. Ich hoffe mal, das ist keine Ladung da drauf. Hab ich glaub nicht. Das ist, äh... Das sollte eigentlich soweit passen. Das ist nochmal die schwierigste Stelle. Und danach sollte man... ...eigentlich keine Probleme damit haben. Es wird schon wieder dunkel. Und diesmal lasse ich es durchlaufen. Hast du irgendwann in den nächsten zwei Wochen mal wieder Zeit zum Labern? Weil ich hab ja jetzt Ferien, wie du weißt. Jo, ich denk mal, es würde sich einrichten lassen. Weiß noch nicht ganz genau wann, äh, aber... Ja. Ich würd mal aller spätestens nächstes Wochenende sagen. Ja. Das soll da eigentlich hinkommen. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Äh, okay. Jetzt, äh, das ist nochmal die... ...Trumpfprüfung. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Machen wir so. Ja, ich muss auch noch schauen. Ich hab jetzt zwar noch nichts geplant am Wochenende, aber... Äh, das kann sich mal ein bisschen spontan ändern. Ich sag dann aber... Ja. Zur Not einfach mal anschreiben. Abends rum immer. Dann kann ich immer ein bisschen spontaner entscheiden, ob ich dann gerade... ...die Kapazität habe oder nicht. ...schwankt ja immer von Tag zu Tag. Gut. Das geben wir noch schnell ab. Wir sind ja pünktlich. Es ist fuck... Ey, ey, ey. Wunderbar. Bauen wir mal hier rum. Dann geben wir das auf ganz entspannt mal ab. Damit habe ich jetzt zwar den Forrester erstmal wieder hier weggenommen, aber... ...ist jetzt schneller, als wenn ich jetzt erstmal wieder den Ford hätte mobilisiert. Dann wäre das hier zumindest erst nächste Folge fertig geworden. So haben wir auf jeden Fall... ...unsere Maschinen so genutzt, wie man sie nutzen soll. So. Erkennst du das? Jawohl. Gute Arbeit. Es ist fast geschafft. 600 Erfahrung, 7000 Belohnung. Damit sind wir jetzt auf 50% tatsächlich. Sehr nice. Und damit beenden wir auch die Folge für... ...ähm... ...heute. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann schauen wir mal, was wir jetzt nochmal für Aufträge machen. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.